Zum Abschluss des Anwendungsfalldiagramms wollen wir gemeinsam noch ein größeres Beispiel, das aber im Verhältnis zu einem Realsystem eben noch ein sehr kleines Beispiel ist, gemeinsam durchgehen. Dieses Beispiel beschreibt die Studienabteilung einer Universität. Von unseren Gesprächen mit der Universitätsleitung wissen wir folgendes über die Studienabteilung. Viele wichtige Verwaltungstätigkeiten einer Universität werden über die Studienabteilung abgewickelt. Studierende können hier immatrikulieren und inskribieren. Sie können sich aber hier auch wieder vom Studium abmelden. Studierende erhalten hier Zeugnisse. Mitarbeiterinnen drucken die Zeugnisse aus. Zeugnisrelevante Daten werden durch Lehrende an die Studienabteilung übermittelt. Die Studierenden werden dann automatisch durch das Benachrichtigungssystem informiert. Es wird zwischen zwei Arten von Mitarbeiterinnen unterschieden. Erstens solche, die sich ausschließlich mit der Verwaltung von Studierendendaten befassen. Wir bezeichnen diese als Service Employees. Und zweitens jene, die alle restlichen Aufgaben erfüllen. Wir bezeichnen diese als Administration Employees. Es gilt aber, dass beide Gruppen Auskünfte geben. Die Administration Employees stellen Zeugnisse aus, sobald Studierende diese abholen. Weiters erstellen sie Lehrveranstaltungen. Bei der Erstellung einer Lehrveranstaltung kann gleich ein Hörsaal reserviert werden. Vielleicht erkennen sie, dass viele unserer vorhergehenden Beispiele aus dieser Studienabteilung stammen. Als erstes wollen wir die Akteurinnen für unser System identifizieren. Wir stellen uns die Frage, wer sind denn die Benutzerinnen? Sind hier im Text irgendwelche Rollen angeführt, die einen entscheidenden Hinweis darauf geben? Dies ist der Fall, nämlich der Text spricht von Studierenden, von Lehrenden, von Mitarbeiterinnen. Wobei man bei Mitarbeiterinnen unterscheidet zwischen Service Employees und Administration Employees. All dies sind relevante Rollen für unser System und sind damit Kandidatinnen für Akteurinnen. Zusätzlich stelle ich mir noch die Frage, gibt es andere bereits existierende Systeme, zu denen Schnittstellen aufgebaut werden müssen. Und hier ist die Rede von einem Benachrichtigungssystem, das die Studierenden informiert. Und daher ist dieses Benachrichtigungssystem ebenfalls ein Kandidat für eine Akteurin. Die identifizierten Benutzerinnen wollen wir auch gleich im Diagramm einzeichnen. Das heißt, wir haben als Rollen, damit Akteurinnen, die Lehrenden, die Studierenden und die Mitarbeiterinnen. Bei den Mitarbeiterinnen unterscheiden wir zwischen Service Employees und Administration Employees. Daher sind dies zwei unterschiedliche Rollen, die von Mitarbeiterinnen erben. Zusätzlich haben wir auch noch das Benachrichtigungssystem als weiteren Ektor identifiziert. Wir stellen alle menschlichen Akteure durch Strichmenschchen dar und den nichtmenschlichen Akteur Notification System als Rechteck. Das ist eine Konvention, die wir verwenden, müssten wir aber nicht. Das heißt, wir könnten auch das Notification System mit einem Strichmenschchen darstellen. Nachdem wir die Akteurinnen ermittelt haben, wollen wir auch noch die Anwendungsfälle identifizieren. Wir fragen uns, welche Funktionen bietet denn die Studienabteilung? Wenn wir hier den Text durchgehen, werden wir erkennen, dass man hier immatrikulieren kann, inskribieren kann, sich aber auch wieder vom Studium abmelden kann. Wesentliche Funktionalitäten wird auch das Drucken von Zeugnissen beschrieben. Zusätzlich werden Auskünfte gegeben, es werden Lehrveranstaltungen erstellt und Hörsäle reserviert. Nicht ganz sofort zu erkennen ist vielleicht, dass für die ganze Funktionalität auch wesentlich ist, dass die Lehrenden zeugnisrelevante Daten übermitteln. Und in diesem Schritt wird auch das Informieren der Studierenden getriggert. Auch dies sind Funktionen und damit Anwendungsfälle von unserem System. Die identifizierten Anwendungsfälle wollen wir nun im Anwendungsfalldiagramm für das System Student Office eintragen. Wir haben gehört, es ist möglich zu immatrikulieren und zu inskribieren. Wenn ich immatrikuliere, werde ich gleichzeitig das erste Semester inskribieren. Damit inkludiert die Immatrikulation die Inskription, das durch diese Include-Beziehung ausgedrückt ist. Man kann sich von einem Studium auch wieder abmelden. Wir können grundsätzlich diese drei Anwendungsfälle zu einem abstrakten Anwendungsfall, nämlich das Verwalten der Studierendaten, zusammenfassen. Eine Aufgabe unserer Studienabteilung ist es auch Auskünfte zu geben. Das ist dieser Anwendungsfall. Zentral ist die Ausstellung der Zeugnisse. Das geschieht durch diesen Anwendungsfall Print Certificate. Wir wissen, damit wir diese Funktionalität überhaupt garantieren können, ist es notwendig, dass die Lehrenden die zeugnisrelevanten Daten übermitteln. Das wird durch diesen Transmitgrade-Anwendungsfall ausgedrückt. Dieser Anwendungsfall triggert auch die Information an die Studierenden, was wiederum einen eigenen Anwendungsfall darstellt und das eine oder das andere triggert, ist auch durch diese Include-Beziehung dargestellt. Weiters legt unsere Studienabteilung noch Lehrveranstaltungen an. Ein optionaler Teil dieses Anlegens der Lehrveranstaltungen ist auch die Reservierung von Hörsälen. Da dies optional ist, ist diese Reservierung eine Extension des Basisanwendungsfalles zur Anlage der Lehrveranstaltungen. Damit haben wir alle Anwendungsfälle der Studienabteilung identifiziert. Zu guter Letzt müssen wir noch die identifizierten Anwendungsfälle jenen Akteuren zuordnen, die mit diesen Anwendungsfällen interagieren. Laut der Anforderungserhebung sind es die Service-Employees, die für die Verwaltung der Studierendendaten zuständig sind. Daher eine Beziehung zwischen Service-Employees und Verwaltung von Studierendendaten. Verwaltung von Studierendendaten ist abstrakt und hat drei konkrete Subanwendungsfälle. Das sind die Immatrikulation, die Inskription und die Abmeldung. Diese drei Subanwendungsfälle erben über die Generalisierungsbeziehung, die Beziehung von Verwaltung von Studierendendaten zu Service-Employees. Daher müssen auch diese drei Subanwendungsfälle keine eigene Beziehung zu einer Akteurin aufweisen. Laut Anforderungen geben jegliche Arten von Mitarbeiterinnen Auskünfte. Daher ist der Anwendungsfall des Auskunftsgebens nur mit der generellen Mitarbeiterin verbunden. Die Administrative-Employees kümmern sich um jegliche andere Angelegenheiten in der Studienabteilung. Das sind das Drucken der Zeugnisse, das Anlegen von Lehrveranstaltungen und das Reservieren von Hörsälen. Daher haben diese drei Anwendungsfälle diese drei Beziehungen zu Administrative-Employees. Damit Zeugnisse überhaupt gedruckt werden können, müssen die Lehrenden die zeugnisrelevanten Daten übermitteln. Daher ist der Anwendungsfall der zeugnisrelevanten Daten übermitteln mit den Lehrenden verbunden. Dieser Anwendungsfall triggert aber auch eine Verständigung an die Studierenden. Und diese Verständigung an die Studierenden wird durch ein bereits existierendes Benachrichtigungssystem durchgeführt. Daher ist dieses Benachrichtigungssystem eine Akteurin von Studierenden-Verständigen, aber auch die Studierenden selbst. Nachdem wir das Anwendungsfalldiagramm für unsere Studienabteilung erstellt haben, müssen wir jeden einzelnen Anwendungsfall in diesem Diagramm detailliert beschreiben. Wir werden jetzt nicht alle Anwendungsfälle hier beschreiben, sondern bicken uns einen exemplarisch heraus. Und das wäre der Anwendungsfall zeugnisdrucken. Für die Beschreibung verwenden wir das zuvor vorgestellte Template. Wir haben hier die Beschreibung nicht extensiv gemacht, sondern nur exemplarisch in wenigen Sätzen für diesen Vortrag. Wir starten mit dem Namen des Anwendungsfalls. Das wäre Zeugnisdrucken und einer Kurzbeschreibung. Kurzbeschreibung wäre auf Anfrage eines oder einer Studierenden druckt ein Administrative Employee das Zeugnis der bzw. des Studierenden auf Papier aus. Damit der Anwendungsfall durchgeführt werden kann, muss eine Vorbedingung gelten und die wäre, dass die Studentin bereits benotet wurde und die zeugnisrelevanten Daten übermittelt wurden. Eine Nachbedingung, die im Erfolgsfall erfüllt ist, ist, dass das Zeugnis sich in ausgedruckter Form bei dem oder der Studierenden befindet. Fehlersituationen, hier habe ich nur eine angeführt, die wäre, dass der Drucker nicht funktioniert. Der Systemzustand im Fehlerfall, hier wäre das Zeugnis natürlich nicht gedruckt. Welche AkteurInnen interagieren mit diesem Anwendungsfall? Das wäre der Administrative Employee. Nicht der oder die Studierende, weil er oder sie ja nicht die Anwendung bedient. Wer triggert den Anwendungsfall? Das ist der Fall, wenn eine Studierende oder ein Studierender in die Studienabteilung kommt und ein ausgedrucktes Zeugnis möchte. Das Entscheidende für die Anwendungsfallbeschreibung ist vor allem der Standardablauf. Hier legen wir den typischen Ablauf vor, wie wir uns das Ganze vorstellen. Also, als erstes kommt eben eine Studierende in die Studienabteilung und bittet um ein gedrucktes Zeugnis. Daraufhin gibt der Administrative Employee die Matrikelnummer ein. Aus der Liste der möglichen Zeugnisse wählt der Administrative Employee ein Zeugnis aus und sagt dann eben Drucken. Das System bestätigt, dass das Zeugnis gedruckt wurde und dieses Zeugnis in gedruckter Form wird der oder dem Studenten übergeben. Alternative Abläufe könnten wir uns vorstellen. Beispielsweise, wenn der Studierende, die Studierende nicht in der Studienabteilung erscheint, sondern das Ganze online beantragt, dann wäre eben Schritt 1. Studentin bittet wir E-Mail um das gedruckte Zeugnis. Die Schritte 2 bis 5 wären noch immer dieselben und der Schritt 6 wäre, dass das Zeugnis per Post dem oder der Studierenden zugeschickt wird. Nachdem wir unser Beispiel des Anwendungsfalldiagramms für eine Studienabteilung vorher mit Studierenden getestet haben, möchte ich Ihnen noch typische Fehler bei diesem Anwendungsfalldiagramm vorstellen. Der erste typische Fehler ist, dass nicht berücksichtigt wurde, dass Anwendungsfälle auf derselben Abstraktionsebene beschrieben werden sollten. Hier haben wir ein Beispiel, wo das nicht eingehalten wird, nämlich wir hätten hier einen Anwendungsfall Studierendendaten verwalten und einen anderen Anwendungsfall, den Drucker auswählen. Ersterer ist sehr grobgranular, zweiterer wäre sehr feingranular. Zudem gilt, dass das Auswählen eines Druckers per se noch keinen Nutzen für unsere Angestellte darstellt. Daher wäre das überhaupt kein Anwendungsfall. Also nicht nur, dass sie auf verschiedenen Abstraktionsebenen beschrieben sind, sondern auch ist es wichtig, dass ein Nutzen erzeugt wird durch einen Anwendungsfall. Daher ist das keine gültige Modellierung. Es ist ja offensichtlich, dass in einem Anwendungsfalldiagramm nur jene Anwendungsfälle und Akteurinnen inkludiert werden sollten, die als relevant erachtet werden. Relevant ist etwas, wenn es durch das zu entwickelnde System berücksichtigt werden soll. Also Anwendungsfälle, die auftreten und durch unser System behandelt werden sollten. Natürlich gibt es auch noch andere Personen, die etwas mit einer Studienabteilung zu tun haben, die aber für die Systementwicklung nicht relevant sind. Wir haben hier ein extremes Beispiel genommen. Natürlich wird unsere Studienabteilung auch gereinigt durch entsprechendes Putzpersonal. Jedoch ist diese Reinigung natürlich nicht im IT-System abgebildet und dann ist das kein Anwendungsfall für unser zu entwickelndes System. Das war's zu unserem Beispiel einer Studienabteilung. Dieses Beispiel diente als zusammenfassendes Beispiel für die Anwendungsfallmodellierung. Damit sind wir aber auch am Ende unserer Einheiten zur Anwendungsfallmodellierung angelangt. Wir hoffen, dass wir jetzt in der Lage sind, die Anforderungen an ein System mit Hilfe der Anwendungsfallmodellierung zu beschreiben. Das war's zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020